Das sieht man halt eigentlich nur hier am 24 Stunden Rennen. Das andere ist, wenn man Drift-Challenges guckt, ist das eigentlich nur ein Wettbewerb. Hier drehen sie einfach nur eine halbe Stunde lang total durch. Ich mache das jetzt seit 10 Jahren. Es ist das 10. Jahr. Und ja, jedes Jahr wird es größer und größer. Also, ja, für das Spiel habe ich ein bisschen driften. Und dann ein Freund von mir fragt mich um eine competition zu joinen. Und in meiner ersten competition habe ich das Spiel gewonnen. Und dann hat das angefangen hat für mich. Ich war auf driften. Es ist so großartig. Es ist so großartig. Ich war der artig. Ich war derartig. Untertitelung des ZDF, 2020